Servusle, schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben, zu der gemütlichen Runde Outlaws of the Old West mit dem Voucher und mit unserem Nameless. Nameless, der heuteste Deal am Start. Wir sind mitten im Gelände irgendwo, Leute. Nicht allzu weit weg von zu Hause, aber doch ein Stückchen. Ziel ist heute eigentlich nur heimzukommen. Allerdings möchte ich nicht einfach nur heimreiten mit euch, sondern auch ein bisschen was farmen. Und ich habe mir überlegt, wir gehen mal ganz kurz schauen, dass wir ein bisschen Stein bekommen. Und dann bauen wir uns den einen oder anderen Pfeil noch zusätzlich und versuchen, mit Leder heimzukommen. Dann können wir nämlich bei der nächsten Runde, also übermorgen, den Nameless anziehen. Und da hätte ich unheimlich Lust drauf, dem mal die Lederklamotten zu machen. Das Pferdei hat bei mir immer noch so rum. Guck mal, hier ist zum Beispiel Holz. Nimm doch schon mal Holz mit. Nimm doch schon mal Holz mit. Okay, das geht nicht. Ach, das ist keins zum Einsammeln. Da musst du hier wahrscheinlich so, ne? Ja, guck dir das an. Na, hol mal doch ein bisschen Stein dazu und dann passt das, Leute. Dann haben wir so um die 30, 40 Pfeile und dann suchen wir uns ein paar Tierleitern, dass wir mit Leder nach Hause kommen. Dann bauen wir uns die Lederrüstung beim nächsten Mal. So, bevor es natürlich weitergeht an der Scheune. Wir brauchen noch so viel Zeugs. Den kann ich nicht sammeln. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwas finde. Reitest du dich eigentlich besser, wenn ich die Sachen hier nicht dabei habe? Guck mal, ob ich hier runterkomme, Leute. Wollen wir mal da runterreiten? Ich darf nur vom Pferd fallen. Schöne Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ein, zwei Tiere zu erlegen. Aber das sollten wir normalerweise. Ist das einer zum Einsammeln hier? Jo. Aber so richtig zum Abbauen sehe ich jetzt hier keine. Aber das ist ja keiner zum Abbauen, ne? Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Wann? Das da drüben könnte aber einer sein zum Abbauen. Ich laufe jetzt mal hier ein paar Meter. In der Hoffnung, es kommen keine Schlangen. Ne, ne, ne. Ne, ne. Okay, mach mal die Ego-Ansicht wieder rein. Oh, das hat mich jetzt aber arg getäuscht. Ich dachte, dass ich hier super durchkomme. Wo habe ich da jetzt was gesehen? Ich habe schon wieder irgendwas gesehen, was ich jetzt... Ne, ne. Ein Stückchen Holz. Das war aber nicht das, was ich gesehen habe. Den Stein, den ich meinte abbauen zu können, den gibt es hier dann doch nicht. Aber hier ist schöner runterreiten. Jetzt muss ich nur mein Pferd wiederfinden. Da oben steht es. Salud, mein Freund! Wir haben einen Platz gefunden. Mir macht es tierisch Laune gerade, ne? Hier so rumreiten. Schöne Abwechslung hast du halt. Gegend erkunden. Reiten, farmen, looten. Und vor allem dir eine schöne große Hütte daheim aufbauen. Bis auf, dass das Pferd so glitscht. Das gefällt mir gar nicht. Aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich da noch irgendwas falsch eingestellt habe oder so. Aber da hoffe ich auf euch. Ich produziere ja mal ein bisschen vor. Aber früher oder später lese ich natürlich, was ihr unter die letzten Folgen geschrieben habt. Und dann, ne? Langsam. Macht das Pferd halt nicht kaputt, ne? Das Pferd ist wieder aufgestiegen, um eins. Was ich beim letzten Mal auch gesehen habe, ich habe das Pferd fälschlicherweise, ähm... Ich habe gedacht, ich kriege acht Levelpunkte. Kriegst du aber nicht, ne? Pass mal auf. Open. Wir kriegen, glaube ich, vier Punkte pro Level oder zwei. Wahrscheinlich habe ich schon wieder eins übersehen. Was macht man denn da? Ich würde sagen, Energie. Hier, dann geht es weiter raus. So ein bisschen Gewicht. Ich muss halt aufs Pferd aufpassen. So. Aber so viel Stein und so sehe ich jetzt hier nicht, ne? Holz habe ich jetzt mittlerweile genug. Was wir jetzt brauchen, ist Stein. Einfach für eine Handvoll Pfeile noch. Stein hat es ja genug. Ich kann nur nicht jeden abbauen, habe ich ja jetzt schon gemerkt, ne? Boah, das ist das schön da unten. Langsam. Ja, ich denke mal, wenn du eine Weile spielst, wirst du wahrscheinlich von Weitem schon super schnell erkennen, welcher Stein jetzt tatsächlich gut ist und welcher nicht. So, hier sind jetzt aber im Moment noch keine Tierlein, ne? Da hat es wieder Kakteen. Schön, wie er sich hier runterzwirbelt, der Weg. Gefällt mir gut. Ne, 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 ne. Ne, ne. Und wenn wir dann natürlich irgendwann die Rüstung haben, also ein bisschen was zum Anziehen haben, ein bisschen bessere Waffen vielleicht, dann werden wir natürlich die Banditen nochmal angehen. Der, der könnte jetzt einer sein, den ich abbauen kann, oder? Weil der hier so im Gelände liegt. Ja, das ist sogar Eisen. Das nehmen wir. Geht ja nur darum, ein paar Pfeile zu bauen. Schön reinhacken, ne, Les. Jawohl. Und gehen wir mal aus der Perspektive wieder raus, würde ich sagen. Bringt das noch was, wenn ich nochmal drauf haue? Nee. Also ab ins Menü. Crafting. Pfeile. Wie viel macht er jetzt? Ein paar Stück, ne? Ist schon mal sehr gut. Ich haue das jetzt komplett durch. So, das müsste eigentlich reichen. Und wenn ich jetzt den Bogen ausrüste, sehe ich ja da unten auch die Anzahl. Jetzt haben wir über 20 Pfeile. Jetzt geht es darum, ein Tier zu finden, ne? Ich entferne mich gerade von zu Hause, gell? Vielleicht sollte man in die Richtung mal gehen. So. Die Frage ist, was kann ich mit dieser Standardwaffe hier farmen? Kriege ich da schon einen Bear down? Kriege ich da vielleicht sogar den Büffel down? Wir wissen es nicht. Wir reiten jetzt mal da hinten rum. Ich halte halt die Augen auf, dass ich mal irgendwo Viechle sehe. Ha! Da ist eins. Und zwar einer von... Da muss ich näher hin. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, getroffen, ne? Leute, so tierisch ergibt sich mir das aber noch nicht. Ich muss irgendwie den Dachs kriegen. Irgendwie ist das mit dem Ziel noch nicht so meine Welt. Okay, einen Haufen Pfeile habe ich jetzt verballert. Alter, ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt ein Fadenkreuz. Ich weiß nicht. Komm, guck mal. Ich renne dem mal hinterher. Ich habe ja, ein Pfeil hat er ja drin gehabt, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Der Kollege. Der ist jetzt weg, ne? Und ich habe aber noch 23 Pfeile. Ja, der muss halt üben. Weil jetzt habe ich ja hier den Zielpunkt. Sobald es so ist, ist es vorbei, ne? Da muss man sich wahrscheinlich halt dran gewöhnen. Das kriegen wir schon hin. Wenn man mal die ersten gemacht hat, dann weiß man ja, wie man zielen muss. Langsam. Läuft sich auf jeden Fall besser als... Doch, es ist gar nicht schlecht. Ich darf jetzt nur die Route nicht komplett verlieren. Soweit okay. Einen Dachs und den habe ich entkommen lassen. Üble Geschichte. Üble Geschichte. Vielleicht sind Tiere besser, die auf Angriff gepolt sind. Als welche, die wegrennen. Wobei ich glaube, die Bären, die werden wahrscheinlich nicht wegrennen. Wenn wir da mal einen sehen, probieren wir es natürlich. So. Hier ist eher Wüste. Also es ist tatsächlich leer. Die Welt ist in der Form leer. Aber es ist auch okay, finde ich. Weil wenn du jetzt hier 20 Bären auf einem Haufen netzt, das wäre dann schon wieder unnatürlich, ne? Ist dann wirklich so... ...dass man hier ein bisschen suchen muss. Da drüben haben wir wieder... Das sind die Blumen aber, ne? Das Pferd ist gut drauf, ne? Wenn es mal eingelaufen ist, dann hört es auch auf zu wackeln. Habe ich jetzt gemerkt. Das ist mal da hinten gucken. Ich sehe halt jetzt gleich Viechle mehr. Aber wir finden welche. Jetzt hat er Hunger, der Gute. Und bleib mal hier da hinten. Das sind aber Banditen, ne? Ja, das sind Banditen. Das sind keine Tiere. Wie gesagt, die Banditen gehen wir an, wenn ich mich ein bisschen sicherer fühle. Ich hopfe jetzt hier erstmal weg. Aber die laufen, glaube ich, hier einfach auch über die Steppen und so, ne? Jetzt wird es dunkel. Ich wollte ihm eigentlich was zum Essen gönnen. Machen wir mal eben. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Könnte eigentlich auch was vertragen. Schluck getrunken hat er. Perfekt. Unserem Pferd geht es auch noch gut. Ich hoffe jetzt halt, dass die Banditen nicht so schnell sind. So, Leute. Wir brauchen jetzt nur noch Tiere. Unser kleiner Ausflug. Unser erster. Auch ein schöner Steinaufbau. Da vorne sehe ich gerade. So. Hier sind keine Viecher gerade. Es ist ziemlich still. Der Neeml ist spät. Er will es wissen. Jetzt habe ich was gesehen, wo ich kurz was gucken muss. Alles klar. Kann man auch gebrauchen, ne? Nehmen wir ein paar Steine. Zumindest einer. Einer Steiner. Wir bräuchten Viecher, Leute. Aber auch da gibt es bestimmt im Spiel Stellen, wo du wahrscheinlich eher welche findest. Hier ist Salz, ne? Oder ist das ein normaler Steiner? Ich muss ab und zu einfach mal absteigen und gucken. Das ist Salz. Wenn wir früher oder später auch noch viel brauchen, denke ich mal. Hier ist wieder ein Erz. Das nehme ich wieder mit. Weil so ein paar Steine brauchen wir ja auch fürs Bauen daheim. Haben wir ja nicht mehr viel gehabt, ne? Und Erze kannst du bestimmt auch nie genug haben, denke ich mal. Die Hälfte vom Level haben wir schon wieder vom nächsten. Es wird Nacht. Schöne Stimmung hat es gerade. Habe ich die Aufnahme laufen? Seid ihr da? Es ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht schon das erste Tier gleich erwischt haben. Langsam. Mr. Heuter, machen sie langsam. Es rennt uns nichts davon. Guck ab. Zu einmal auf die Map. Okay. Ja, wir kreiseln jetzt den Bogen. Dann haben wir so einen kleinen Kreis gezogen. Umgebungskreis, ne? Oh, wo geht es denn da runter? Da ist gerade das Licht. Das sieht aber so aus. Oh, Scheiße. Den habe ich jetzt natürlich verpasst. Wer hätte denn da mitgerechnet, dass hier ein Reh rumhopft? Ich muss das ja... Oh. Scheiße. Es kommt mir gerade sehr entgegen hier. Ist natürlich traurig um das Reh, aber wir müssen ja irgendwie an Leder kommen. Das war verfehlt. Ah, ich erkenne es gerade, glaube ich. Wir haben unser erstes Tier gejagt, Leute. Und drei Leder hat es uns gebracht. Schön. Wer hätte das vermutet in dieser Schl... Okay. Die sieht ja auch geil aus. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Guck mal. Hier. Das ist ja toll. Guck mal. Das finde ich geil. Okay, drei Leder. Und ich glaube, fünf Leder brauchen wir für ein Lederteil. Ja, da muss ich halt die Tierfallen noch ein bisschen bemühen daheim. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Naja, aber du brauchst halt wahrscheinlich stärkere Pfeile und so, weil das Reh hat ja jetzt einiges geschluckt. Wäre natürlich jetzt cool, wenn man noch ein Dings findet, wie ein Wolf oder ein Bär oder so. Was haben wir hier oben? Ja, du musst halt wirklich Viecher suchen. Du musst Glück haben. Wenn das Gewackel nicht so wäre von dem Pferd, das wäre so super. Ach, so ein Kaktus, ne. Kann ich den irgendwie abbauen? Nö, ne. Steht einfach nur hier rum. Steht einfach nur hier rum und ist stachlig. So, hier kommen wir wieder in den etwas grüneren Bereich. Mit ein bisschen Glück finden wir hier auch nochmal Viech. Wie viele Pfeile habe ich noch? 16. Das könnte noch für ein Tier reichen. Ich brauche halt drei Köcher pro Viech. Cool, Leute. Die ersten drei Leder direkt so bekommen. Boah, ist hier öd, ne. Gibt es Stellen im Spiel? Also ein paar von euch sind ja in die Biome schon vorgedrungen. Gibt es irgendwo Stellen, wo die Fauna ein bisschen ausgedehnter ist? Da drüben haben wir wieder was. Den muss ich mir jetzt leider auch holen. Ist halt wieder ein Reh. Ist es eigentlich besser, wenn ich es so mache? Nö, ne. Jetzt habe ich es verscheucht schon. Durch das, dass es ab und zu hängen bleibt, könnte man eine Chance haben. Boah, Alterle. Guck mal hier. Geistböckle. Das war nichts. Du musst dann, du musst sie nachher, richtig. Das Pferd kommt voll langsam in die Hufen. Wo ist es? Das ist weg, ne. Das ist eine Schlange. Da liegt ein totes Tier. Das musst du ja gar nicht jagen. Ne, ist ein Holz. Scheiße, ich dachte, ein paar Verendete liegen auch noch so rum auf der Map. Das hätte ich jetzt dann schon gefeiert, ne. Dann wäre ich lieber suchen gegangen. Ne, vielleicht ist es auch runtergeblumst hier. Das weiß man jetzt halt auch nicht. Wenn du nicht dran bleibst, ist es schwer, ne. Da oben hat es Stein. Den kann ich holen. Da ist es, glaube ich. Ich gehe mal näher hin. Wobei das gerade eben ja kein Hirsch war, ne. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Die Tiere sind auch noch nicht so ganz animiert, ne. Ja, so ist es natürlich jetzt nicht schwer. Und das war ein Hirsch. Der bringt bestimmt mehr Leder. Drei. Ja, ist aber okay. Zehn Pfeile hat es gebraucht. Und da ist auch noch ein anderes Viechle weg dran, ne. Leute, jetzt können wir unsere erste Rüstung bauen, wenn wir heute heimkommen. Wo ist denn das andere Abkauen? Da war da noch eins. Hallo, Tierle. Wir sind doch, glaube ich, ganz nah am Zuhause, oder? Da müsst ihr nämlich jetzt aufpassen. Ah, nee, von wegen. Wir müssen ziemlich weit wieder hoch. Alles klar. Aber ich kann ja schon mal ein paar Pfeile nachbauen. Dann kommen wir zumindest auf zwei Teile fürs nächste Mal. Da würde ich mich schon freuen. Guck mal, jetzt haben wir tatsächlich sechs Leder. Sechs Leder ist cool. Stein haben wir tatsächlich auch schon ein bisschen. Wir brauchen nämlich auch welche, um uns zu bauen daheim. Und dann haben wir hier nochmal Salz. Die kannst du essen. Die bringt übrigens auch ein bisschen Wasser, oder? Kann das sein? Ja, die Kaktusfrucht bringt uns auch ein bisschen Wasser. Sehr schön. Die machen wir hier drauf. Das machen wir hier, dass es schön gleichmäßig ist. Das machen wir hier und hier. Und dann bauen wir uns nochmal... Na ja, so zehn Stück. So, meine Freunde der Nacht. Jetzt wäre ich tatsächlich bereit, ein Bär zu probieren. So, pass mal auf. In welche Richtung müsste ich denn, wenn ich nach Hause will? Norden. Ja, dann laufen wir doch jetzt mal nördlich. So, 17 Pfeile haben wir. Das heißt, das nächste Tier können wir uns auch holen. Schöne Geschichte. Dann haben wir ein bisschen Leder zum Verarbeiten. Was ich auf jeden Fall machen will, wenn wir zu Hause sind, in der übernächsten Folge. Ich möchte ein paar Blanken auf Forward Craften vor der Folge. Um die Scheune mit zwei verschiedenen Materialien zu bauen. Wir müssen sie uns ja sowieso angucken, die Mats. Und das wäre ja dann schön, dann hätte man das schon in einem Projekt verhaftet. Du brauchst aber nicht ganz nördlich. Du kannst auch gerne ein bisschen nordwestlich. Schöne Geschichte. Hier, der einsame Cowboy unterwegs in der Browee. Auf der Suche nach Leder. Oh, die reißen sich aber das Pferdlich-Schwinde. Sind wir schneller als die? Ich muss jetzt aufpassen, dass das Pferd... Ne, das geht mir ans Leben. Guck mal, wie die mir Leben abziehen, obwohl ich auf dem Pferd hocke. Das war nix. Die kriegst sie nie im Leben. Ich denke, der wird gescheiter. Ich würde abhauen. Ich probiere es trotzdem. Das Pferd lebt noch. Wir machen das jetzt wie die alten Ritter. Ich werde jetzt erstmal hier Anlauf nehmen, dann drehen. Jetzt habe ich einen erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass der abhaut. Wo ist der? Nochmal geradeaus. Da hinten habe ich jetzt auch was gesehen. Boah, ist das kompliziert. Aber guck mal, mein Leben geht schneller wieder hoch. Wie dieses Abziehen, das ist auch nicht richtig. Eigentlich müsste ich verwundet bleiben. Der haut jetzt natürlich ab. Der Präriehund. Na? Den haben wir. Es war doch ein Wolf, es war kein Präriehund. Jetzt müsste mich der andere eigentlich erwischen. Ein Leder nur. Dann lasse ich die Wölfe. Die bringen mehr Pelz, Leute. Ich brauche jetzt erstmal Leder. Jetzt haben wir auf einmal Tiere. Vielleicht dauert das einfach eine Weile. Wenn man lang genug online ist vielleicht erst. Ja, jetzt weiß ich, was ihr meint, warum das leichter ist. Es ist wirklich einfacher so. Zwei Leder. So kommen wir jetzt langsam auf unser Ding. Und damit es alles nicht umsonst war, werde ich natürlich das Fleisch jetzt daheim auch kochen. Das heißt, in der nächsten Runde bauen wir alles, was wir können. An Rüstung von den Ledern, die wir haben. Und wir werden auf jeden Fall die Kochstelle in der Mitte aufstellen, wo ich sie mir vorstelle. Wo sind wir denn? Wow, bin ich jetzt weit abgekommen vom Kürsel. Der eine Wolf ist abkauen, aber ist okay. Ich muss ja jetzt keinen Pelz fahren, wenn ich es erstmal nicht brauche. Also unser Leben tickt saumäßig schnell wieder hoch. Das hätte ich nicht erwartet. So ein Bär wäre trotzdem eine Geschichte, ne? Der wird halt viele Pfeile... Oh, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Dann baue ich nochmal Pfeile für alle Fälle. So. Wieviel kann ich machen? Das war es schon, was fehlt. Holz. Also kein Problem, Holz kann ich hier schon holen. Ach, schön, aber Ausflüge gemacht. Halt, wie gesagt, nur ein Umlandsausflug. Die richtigen kommen dann noch, ne? Wenn wir ein bisschen ausgerüstet sind, dann werden wir auch in die Mountains gehen und so. Da freue ich mich schon drauf. So, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Holz. Ich gehe wieder aufs Pferd. Da fühle ich mich jetzt noch irgendwie sicherer. Und damit da alles läuft, ein bisschen laufen soll, gehen wir auf Crafting. Warte, noch eine Handvoll, oder? So, für ein weiteres Tier reicht es. Wie viel Leder haben wir denn jetzt insgesamt? Drei. Neun. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein Leder gewinnen würden unterwegs, schätze ich mal, können wir uns zwei Rüstungsteile bauen. Aber wir gucken einfach mal. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, mehr oder weniger. Irgendwas wird uns schon noch entgegenkommen. So, meine Lieben. Schön. Da ist unser Fluss. Das hole ich jetzt noch, das Tier, wegen dem Leder. Einmal. Kann ich auch mit dem Pferd übers Wasser, ja, ne? Ja, natürlich. So. Halt, du musst wieder auf die vier. Manchmal schaltet das irgendwie hin. Gut, das läuft halt. So kriegt man es hin, ne? Sehr schön. Da müssen wir auch wie mal ein Leder kommen. Vier Leder hat es jetzt gebracht. Sehr schön. So, ein paar Pfeiler habe ich sogar noch, falls ich mich wehren muss. Wenn wir einen Bär sehen von weitem, werde ich auf jeden Fall nachcraften. Ansonsten, den Fluss entlang nach Hause, meine Lieben. Geht unser Ausflug hier zu Ende. Ich freue mich jetzt aber auch schon auf daheim, weil dann heißt es weiter bauen. Allerdings habe ich noch nicht wirklich viel Stein gesammelt, glaube ich. Ich muss hier noch so einen kleinen Ausscherer machen. Da hinten liegt ein Brocken Kohle. Den lasse ich jetzt aber liegen. So, dann gucken wir mal hier ums Eck. Holz. Holz kriegen wir noch zu Hause. Das ist nicht das Problem. Stein ist das Problem, ne? Guck mal, hier hat es auf jeden Fall vorkommen. Nimm das mal mit. Das mal halt, wenn wir daheim sind, morgen ein bisschen was bauen können, schnappe ich mir noch ein bisschen Material, ne? Das Schöne ist, dass wir dann am Tag daheim auch eine Runde haben, wo wir was sehen, weil es Tag wird. Ja, ja, bau nur ab, bau nur ab. Stone und Iron. Oh, der baut aber eine Weile ab jetzt hier in den Brocken, ne? Ja, lohnt sich. Sehr schön. Da waren wir auf der Jagd. Die Jagdrunde auf dem Heimweg. Unser Pferdle, unser Salut. Unser guter Salut. Ich habe jetzt was gesehen, aber das ist wieder Salz hier, glaube ich, ne? Ich glaube, das sind immer die Salzvorkommen, richtig? Wobei das eher nach Stein... Doch, ist auch Salz tatsächlich. Ja, ja gut, aber. Passt schon. Passt mich mal kurz nach. Ah, das ist schon noch ein Stück. Ich denke, die ganze Zeit, wir sind schon oben, ne? Wir gehen jetzt zusammen heim, Leute. Immer zwischendrin mal absteigen, gucken, ob wir irgendwo noch einen Stein finden. Hier wäre wieder ein Vorkommen. Da kriegen wir halt beides raus. Metall und Stein, ne? So. Ja, ist doch herrlich. Da freue ich mich jetzt auf dir. Ich bin gespannt, wie die Rüstungen aussehen. Ich habe sie ja noch nicht gesehen, ne? Die erste Rüstung ist immer die schönste in einem neuen Spiel, finde ich. So, ich muss immer ganz kurz sortieren, dass ich weiß, was wir haben und was noch fehlt. Da haben wir doch jetzt aber jede Menge Stein, oder? Guck mal. 100, 100, 100. Hier nochmal auf 100 aufgestaffed. Bämsele. Katzämsle. Ah ja, da haben wir jetzt ein bisschen was. Da können wir wieder bauen. Ich würde allerdings zweireihig schon mal gehen. Dann ist das die Geschichte. Das ist die Geschichte. Das Leder würde ich hier hochnehmen. So, dann können wir nämlich das Holz hier ran. Also sollten wir auch noch ein bisschen Holz farmen, oder? Jo, Leute, weißt du was? Wir laufen ja eh zusammen jetzt noch ein Stück Richtung Heimat. Dann würde ich sagen, wir genießen das mal noch ein bisschen. Da oben ist einer von diesen Wüstenführer. Den lasse ich jetzt. Leder habe ich jetzt erstmal genug. Zum Rumprobieren. Der nächste wäre dann der Bär, der bei uns ist. Da vorne ist ein Pferdle, glaube ich. Drüben ist ein Pferd, ne? Schön. Ist doch geil. Ist doch geil. Guck mal hier. Der Nemi. Schön. Ich bin gespannt, wie das am Endeffekt wird. Oh, ein schöner Hirsch. Guck mal. Au. Wahrscheinlich würde er jetzt in Wirklichkeit den Kopf gerade schütteln. Würde sagen. Jo, ist recht. Was auch immer du mir sagen willst, mein Freund. So. Holz wollte ich noch ein bisschen mitnehmen. Und dann haben wir Material. Da freue ich mich. So, das war es auch schon. Ja, guck mal da vorne. Was haben wir denn hier links stehen, Leute. Ist das ein Schaf? Ich glaube, ein Schaf kann man zähmen, ne? Das ist ein Schaf. Ich habe ein Dings dabei. Lassen wir das mal probieren. Vom Pferd aus. Wie, das geht nicht. Ist die Frage, ob man das zähmen kann mit dem Ding hier, ne? Kann man ein Schaf zähmen damit? Oder ist das nur für... Ich glaube, das ist nur für Pferde. Kann das sein? Ich muss mal nachlesen. Warte mal. Tame Livestock. Ich war mir jetzt halt nicht sicher, ne? Da steht ja jetzt nicht explizit Horse dran. Komm, geh mal hin. Vielleicht muss ich es tatsächlich einfach vom Pferd runter. So, und jetzt rennen. Schwing schon mal das Lasso. Ah, es kann natürlich sein, dass ich mich anschleichen muss, ne? Wie es beim Pferdler war. Einmal mal hinterher. Der verliert ja jetzt gleich dann. So, jetzt. Ich probiere es einfach mal. Ich muss es ja probieren, ne? Ich spoiler mich ja so gut wie nicht momentan. Bin ich froh, dass du mitkommst. Da waren jetzt Wölfe irgendwo. Ein Kleiner hätte eingepackt hier. Die haben jetzt bestimmt... Ah, scheiße. Gut, das war das. Also Schaf zähmen schreibe ich mal auf unseren Zettel, Leute. Das machen wir dann irgendwann. Nicht gerade zwischen den Wölfen. Ein bisschen Respekt habe ich da doch, ne? So. Ja, komm, jetzt reiten wir durch. Ist jetzt nicht mehr weit. Genießen wir ein bisschen das Regenwetter. Schauen dem Nebel es zu, wie er heimflitzt. Pferdemäßige Energie. Ja, es kann jetzt halt schon ein bisschen mehr mittlerweile. Bis auf das, dass es halt hier ständig hängt. So. Da werde ich wohl nicht allzu oft auf dem Pferd unterwegs sein. Wenn das da so rumglitscht. Das ist doch unser Fluss hier, oder? Bin ich mal gespannt. Drüben ist auch wieder so ein Fuchs. Da haben wir wieder ein Pferd vor uns. Ja, es sind doch Tiere da. Manchmal sieht man es ja auch nicht gleich, ne? Wieder Wölfgeheul, Wolfsgeheul, Wölfsgeheul. Ich will jetzt einfach noch das einfangen, wie wir daheim reinreiten. wie wir unser Umland sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das unser Fluss ist. Unser Pferd ist wieder aufgestiegen. Ich glaube, dass ich lieber direkt hinreite. Sehr schön, Leute. Ich habe mich gefreut, dass wir einen kleinen Ausflug gemacht haben. Ich freue mich jetzt aufs Weiterbauen. Die Scheune. Dann werden wir die Wände ziehen. Ich mache Planken, wie gesagt. Das will ich vorbereiten. Nächste Folge würde ich dann mit euch Planken machen. Da oben sind zwei Banditen oder so. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, da ist wieder ein Schaf auf einmal. Die sind gar nicht so weit weg von unserem Zuhause immer. So, ich muss mal kurz die Energie vom Pferd ein bisschen auftanken. Ja, nehm, das ist genau in diese Richtung sind sie. Bald hast du einen Revolver, dann schießen wir die alle weg. So, meine Lieben. Ja, das fasziniert mich schon. Da ist wieder, siehst du, die sind schon da, die Tiere. Für mich ist das die passende Map. Ich sehe ja sowieso nie was. Oder hierüber sehe ich noch mehr. Ja, das merke ich schon. So, jetzt nochmal ein bisschen Speed rein hier und dann reiten wir auf unser Zuhause zu, hoffe ich. Ja, die Energie zieht es halt schon gut leer vom Pferd. Wenn du mal dran bist, aber wenn du bekommst, halt auch ziemlich weit, ne? So, jetzt müsste ich es jeden Moment auftun. Gott, das ist halt schon eine Riesen-Map, ne? Guck dir das an. Ey, wir müssen doch jetzt fast da. Ja, wir sind fast da. Da oben sehe ich es schon. Schöne Geschichte. Jetzt mal das Seil wegpacken. Leute, da oben ist unser Zuhause. So, und jetzt nochmal mit Vollspeed. Das ist doch der Hammer, oder? In der Einöle. Was ist denn das? Rechts ein Pferd. Vielleicht hole ich mir jetzt noch das zweite Pferd die Tage. Schön, oder? So, dann kannst du hier was trinken. Gutes. Ich nehme an, dass du jetzt hier raus trinkst, ne? Ja, er ist wieder voll frisch. Jo, vielleicht holen wir uns das Pferd die Tage. Meine Lieben, dann geht es hier weiter morgen. Würde ich mich freuen, wenn er wieder reinschaut. Wenn wir die Scheune aufbauen. Ein Tor haben wir schon gebaut. Das zweite kommt natürlich symmetrisch geradeaus hier hin, wo die Balken hier längs verlaufen. Da kommt ein Tor hin. Möglicherweise hier und hier. Ich bin aber noch nicht ganz damit sicher. Kann auch sein, dass wir hier noch irgendwie einen Vorbereich basteln. Das muss ich mir alles noch überlegen. Wichtig ist aber, dass es weiter geht. Schöne Geschichte. Das wird schon toll. Ich freue mich drauf. So, bis morgen. Ne, übermorgen. Entschuldigung. Bis zur nächsten Folge halt. Schau da im Uploadplan bitte, ja? Ciao. Ciao. Ciao.